Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute soll es kurz darum gehen, ob sich das DxO-PhotoLab 5 gegenüber der Version 4 als Upgrade lohnt oder ob man die Finger letztendlich davonlassen kann und mit der Version 4 glücklich sein kann. Ja, ich habe eigentlich relativ lang suchen müssen, um Unterschiede zu finden zwischen den beiden Programmen. Ein Unterschied, der jetzt in Version 5 ist, man kann die Masken verwenden, also man kann ja so ein Setpoint irgendwo hinlegen und anhand dessen dann eine Maske erstellen, zum Beispiel wenn man Gebäude vor einem Himmel hat, dass man dann nur die Gebäude oder nur den Himmel letztendlich bei verschiedenen Einstellungen beeinflusst. Also das Typische, was man eben mit Masken so machen kann. Und hier kann man jetzt die Maske auch bei Chroma und Luma ein bisschen anpassen. Das heißt, bei Farbe und Hell-Dunkel-Unterschieden kann man mehr hellere Bereiche oder mehr dunklere Bereiche reinnehmen und eben auch bei den Farben ein bisschen rumspielen. Also kann man hier bei den Masken schon ein bisschen mehr machen, sag ich mal. Grundsätzlich finde ich das Maskenfeature von DxO noch ein bisschen, ja, nicht intuitiv zu nutzen, ganz ehrlich gesagt. Eigentlich sind die Funktionen super, dass man quasi eine Maske macht und dann an den Reglern gleich alles einstellt. Aber irgendwie finde ich es trotzdem nicht intuitiv. Da finde ich das neue Maskenfeature von Lightroom insgesamt besser. Zudem werde ich auf jeden Fall auch noch ein Video einstellen. So, jetzt kann man auch eine Gerade-Maske hier verwenden. Bisher war es ja dieser Setpoint und die Gerade-Maske, sag ich, nebenher mal eingeblendet, kann man jetzt da auch sehr, sehr gut verwenden und eben auch da den Chroma und Luma-Einstellungs-Slider verwenden. Also das ist so eins der Features, die neu sind. Ansonsten gibt es einige Features, was das Keywording von Fotos angeht. Also wenn man Schlagworte für seine Fotos vergibt, dann kann man hier jetzt einiges mehr machen. Es gibt ja so Unterkategorien von Schlagworten und, und, und. Ganz persönlich benutze ich selten Schlagworte für meine Bilder und somit ist das jetzt für mich eher ein Feature, wo ich nicht gebrauchen kann. Ja, das Deep Prime Entrauschen geht merklich schneller. Das ist auch so eine der größeren Neuerungen, die jetzt das Update letztendlich gebracht hat. Das kann man also jetzt, ja, auch auf etwas älteren Rechnern, die noch nicht so schnell waren, recht gut benutzen. Allerdings so ein direkter Vergleich von dem Deep Prime Entrauschen bei Version 4 und 5 habe ich jetzt keine erheblichen Unterschiede festgestellt in der Qualität. Das heißt, da wäre jetzt ein Upgrade nicht unbedingt notwendig, außer man macht sehr viele Bilder und braucht deswegen die schnellere Verarbeitungszeit. Ein sehr großes Thema dürfte die Unterstützung von Fuji RAW sein. Das ist, denke ich mal, der Hauptpunkt, wenn man Version 4 hat und auch Version 5 upgraden will, den man eben hat, wenn man eine Fuji Kamera hat oder vielleicht hat man auch mehrere Systeme und konnte bisher eben die Fuji RAWs nicht nutzen. Das geht jetzt angeblich aus einer Beta-Unterstützung, aber soll anscheinend schon sehr, sehr gut funktionieren. Ich habe selber keine Fuji Kamera, kann es deswegen nicht ausprobieren. Das ist aber so das Verkaufsargument. So, zur Eingangsfrage, lohnt sich das Upgrade? Ganz ehrlich, für mich überhaupt nicht. Das ist ein bisschen schneller, dass das Entrauschen geht, ist für mich irrelevant, weil ich in der Regel nur 2, 3, 4 Bilder am Stück entrausche. Die lade ich kurz rein, entrausche sie, dann dauert das Ganze zusammen 2 Minuten oder so. Ob das jetzt 1,5 oder 2 dauert, ist für mich völlig unerheblich. Sicherlich, wenn man hier viele, viele Bilder verarbeiten will und entrauschen will, ist es wieder was anderes. Aber was das angeht, ja. Die neuen Möglichkeiten der Masken nutze ich eher selten oder würde ich eher selten nutzen, weil ich da, wie gesagt, eben in Lightroom arbeite, was Masken angeht. Und Fuji Kamera habe ich, wie gesagt, keine. Also Upgrade lohnt sich für mich nicht und ich denke mal auch für relativ viele andere nicht, die die Version schon haben, weil es einfach zu teuer ist. Für mich ist es eher kein großer Versionssprung, sondern vielleicht eher eine 4.4 Version, 4.5 Version von DxO. Also ich finde es nicht so toll, dass man dafür jetzt einen vollen Preis zahlen soll oder einen vollen Upgrade-Preis. Das wäre eher was für das kostenlose Update gewesen. Die Fuji Unterstützung ist natürlich sehr, sehr gut für alle, die Fuji nutzen und das ist sicherlich auch das Thema. Wenn du dir überlegst, das Programm zu kaufen, dann würde ich natürlich die Version 5 direkt kaufen. Das ist ein grundsätzliches Programm sehr, sehr gut und mächtig und vor allem die Entrauschfunktion ist äußerst gut und die nutze ich auch sehr, sehr regelmäßig. In diesem Sinne, wenn du noch Fragen dazu hast, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!